Okay, das ist jetzt krass. Jetzt wird's mal spannend. Profi, time is of the essence. Professor, would you like to sit? No, thank you. I prefer to stand. Oh, a woman of action, I love that. Anyway, we must act. Due to the unfortunate Comunique incident, we've been forced to move up the schedule. It's imperative we deliver some good news about the start procedure. Hmm, I suppose that wouldn't hurt. To that effect, Professor, and, um, you there. I'll need you to supervise Cyrus directly. We can't afford for any unforeseen delays. Cyrus, he works best undisturbed. The man is a stubborn buffoon, but there's no doubting his thoroughness. Professor, please, it would do this old hard good to know that you were keeping a watchful eye on him. Or maybe your, um, protégé here could do it. I'll hang out with, I mean, watch Cy, sure. If it makes you happy, Madame CEO, we'll make sure Cyrus delivers. Great. Music to my ears. Thank you both. You've done all water and the ship a great service. Hmm. We're ready. Go live and stay on schedule. It's my privilege to announce to you all today that our new boy program has already proven an unmitigated success. We present to you now the full and unedited audio that represents the first incoming message we've received in our lifetimes. Now, before the message plays, I'd like to take a moment to reiterate just how proud we should all be of progress on the new start procedures. It won't be long before we're ready for the first attempt, the latest in a long line of steps on the road to a greater, brighter future for us all. Please enjoy this message, brought to you by the All Water Corporation. This is Earth. Earth to the fedora. Boy, we sure hope you're all okay, whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Things were pretty rocky here when you left, of course, and, you know, that was a great move. Probably the right decision at the time. We didn't know whether to even tell you this, but we figured maybe it would give you some comfort way out there in the freezing clutches of deep space to what? Oh, right. Yeah, I guess. Or, I mean, even better, the comforting, warm embrace of a lovely, habitable new planet. Well, we just wanted to let you know that we pulled together down here. The sparrows calmed down, and things pretty much worked themselves out. Life still isn't perfect. Bananas died out. And you've got to be pretty careful around water. But by and large, we're back on track. Earth survived. I wish we could send you a postcard. Anyway, be safe, and maybe one day we'll get a hello from you. We'll be listening. Yeah. What are you all still doing here? Don't you have work or something to do? Scram! Okay. Zieh dich ins Labor zurück. Oh, da hat sich sogar schon mein Controller ausgeschaltet. Ich denke, ich habe zwei Folgen jetzt aus der Folge dann gemacht. Ähm, Energieverbrauch, Ziel, Aufladestation, auch Bett genannt. Ich hoffe nur, dass Moron nicht nochmal über das Meeting sprechen will. Oh Gott. Wenn wir hier schon mal sind. Was wir wahrscheinlich nicht oft sind. Wird ich doch mal ganz kurz gucken. Ah, hier sind wir wieder. Hier ist keiner mehr. Mann, Harald, sei doch kein so. Nix will er gucken. Nix. Ist ja schrecklich. Ist das der... Ist das ein Holo von dem Sekretar Terra? Irgendwas? Macht oder so? Mal gucken, wer macht. Nix. 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 Hmm. Her expertise, including her initiative to renew the physical connection between water reservoirs, filtration systems, and the various districts, eventually evolved into the two transportation system and saw her promoted to sub-chief of the directive branch of operations. She finally became CEO in 13152 AC after widespread pressure throughout the organization on the incumbent CEO, Dr. Rufus Bureaucratze, to finally step down and let the Wunderkind take charge of all water at last. Hmm. Ist okay. Das sind so vorgefertigte Sätze, die der da abspült wahrscheinlich, wenn jemand eine Frage hat. Wo will er um die Zeit hin? Okay. Wo wollen wir um die Zeit hin? Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Er bemerkt uns nicht. Können wir aber nicht hin, okay. Ah. Hm. Naja. Hat uns jetzt nicht viel gebracht und er hat jetzt auch nicht wirklich reagiert. Na, da müssen wir bestimmt irgendwann mal hin. Wir gehen jetzt einfach mal ins Bett. Wir gehen jetzt einfach mal ins Bett. Okay. Stimmt. Jetzt sind wir hier. Mhm, mhm, mhm. Ja, man kann dazwischen auch nicht wirklich was tun. Vielleicht erst, wenn irgendeine Vermutung ist, dass irgendwas verschleiert wird oder so. Mal gucken. Mal gucken, was Moro dazu meint. Jedenfalls sollten wir alle wieder zur Erde zurück. Jedenfalls sollten wir alle wieder zur Erde zurück. Ja, der blaue Stein. Wenn man sich im Dunkeln verehrt hat, muss man tiefer gehen, um den Weg nach draußen zu finden. Die Lichtwächter. Ja. Okay, night professor. Hm. Aufgabe Schlafenszeit. Ja, geht doch schon schlafen. Schön. Aha, sie fährt nach oben. Okay. Krass, krass. Guti. Ich bin gespannt, ob die jetzt zur Erde zurück wollen oder ob es welche gibt. Ja. Ob die das jetzt irgendwie so hindrehen, dass sie nicht zurück zur Erde müssen? Weil ich meine, die, die jetzt das Sagen haben, die Chefs hier, sind halt dann auf der Erde plötzlich wieder nix. Tag 18.252 nach Absturz. Soll ich hier mal 1.000 sagen? 18.000, 222. Okay. Mal gucken. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Professor. Okay. Hier haben wir aber auch nicht irgendwo Sekretär 8 rumlaufen, ne? Können wir einmal nach unten gehen. Ich würde das Optional-Zieh schon gerne auch irgendwie erreichen. Ah ja. Sai ist nicht da. Okay. Ich würde es vor allem auch gerne Sai erzählen. Ganz ehrlich. Da können wir bestimmt auch irgendwann runter, oder? Sai, bist du hier irgendwo? Zufällig? Da kann ich auch nichts machen. Und hier auch nichts. Okay. Dann gehen wir zu Brigitte. Schade. Ist das Spiel wirklich so linear vorgegeben? Dass man praktisch gar nichts übersehen kann? Hier ist auch wie immer keiner. Noch eins hoch. Fast ein bisschen schade. Weil das ist so, dass ich das Entdecker-Herz und man würde einfach gern so Zwischensachen machen, die man... ...wiss ja, die vielleicht einfach nicht so vorgegeben sind. Ja, ja. Ja, ist mal kurz da rein schon. Sai, darf ich dir was erzählen? Hey, Harald. Hallo, Sai. Wie ist die Start-Procedure going? So-so. Ich habe ein vieles zu machen, und niemand zu helfen mit. Das ist nicht wahr, Sai. Madame CEO hat uns zu keep an eye on... Ich meine, help you. Hmm. Was du mein, asked? Und I? Just that, you know, sie war concerned about you, I guess. Hm. Well, she must really trust me. It's not like I'm one of the ship's foremost experts in molecular sciences. So, what is your procedure idea exactly? So, there are a couple of stages to it. The first stage is all about our current stasis. As we all know, the ship's weight and the fat certain sections are full of water gives us a stable buoyancy. And because of the tide, we're in a very slow and long orbit. So, we start by pumping some of the water out through the ship's thrusters, accelerating our orbital trajectory. Then comes phase two. Once we reach a certain velocity, we pump more water into the unused core. We must sink deeper toward the gravity well, which will tighten our orbit, but keep the speed, thus building greater momentum. Yeah, like those ice skaters when they crouch down in a pirouette. Oh, those videos are great. When you get Slippy to let you borrow them, anyway. Ooh, is that where you got the idea from? Um, no, my idea came from much less frivolous scientific principles. But yeah, they are good bids. As I was saying, once we reach max possible speed, here's where it gets fun, we pump out all the water. But not all water, that would be mean. At the same time, and use the sudden extra buoyancy to break free of our orbit on an upwards trajectory towards the planet's surface. Oh, a bit like an ancient cephalopod. Well, uh, yeah. Uh, exactly. How on Fedora did you know about that? Oh, I found a book lying around in the lab called Masterminds of the Deep. I kind of hoped it was going to be an adventure novel. Huh. Interesting. But anyway, here's where it gets tricky. As the Fedora is still going to be denser than the surrounding water, our velocity will slow down the closer we get to the surface. But if we time everything right, our initial stink shot should create just enough momentum to allow us to break free the ocean's surface for about a minute. Like a flying fish. It'll be so weird to see the sky. Focus, Harold. This is the most crucial part. We must launch the thrusters at exactly the right moment if we wish to achieve escape velocity. Too early, they'll be waterlogged. Too late, and we'll crash right back into the sea. Wow. Sigh, that's an amazing plan. Think it'll work? Oh, in theory, absolutely. But there's something in my calculations that seems...off. I've checked everything, but I can't pin down the variable. Like the timing? Oh, kind of. If I didn't know better, I'd say time itself. Okay. Anyway, what did Maros say about what Madame CEO said? Oh, she said she trusted you and that there was no need. Did she now? Yeah. Hmm. Knowing her, she did it just to spite the CEO. Anyway, you've seen Sunny recently. Um, no. Not for a long time, actually. Since you two went your separate ways? Mm-hmm. She said she needed to find herself. No. I'm sure she'll turn up eventually. Were things... all right between you? Yeah, it was... You know, we're... We're two different people. Sunny alone is at least two different people. But I'm glad it wasn't anything too dramatic. Anyway, back to work for me. Yeah. Looks like you've got it cut out for you. Good luck, Sai. Okay. Maros hat also einen Plan entwickelt. Um hier wieder rauszukommen. So. Wer könnte die Variable berechnen? Vielleicht Brigitte? Ich dachte, die... Nee, die Vorsitzende, ne? Brigitte. Hallo. Hi, Brigitte. Are you ready to rock, Harold? I have it here. Ready. With rock. Oh, Harold. You can be such a killjoy sometimes. Anyway, it's going to take a while to analyze this little guy, so I'll send for you when it's ready. Oh, okay. Great. Thanks, Brigitte. Oh, Harold? While you're here, maybe you could help me with a little something? Uh, maybe, but don't you think... Now, now, you'll do quite well. There's a little experiment I've been wanting to run. The remote control of the conveyors isn't working right now. My theory is Cyrus and his mugs of tea that he always forgets about before knocking over. So I need your help to manually control them. Can do. I'll be in here recording and analyzing the data. Right, see that button over there? The big one next to the conveyors starts and stops them. I think I can handle that. Yes, well, don't get cocky. I'll give you more detailed instructions of the loudspeakers as we go along. Okay, das ist cool gemacht. Ja, die Frage ist, ob das alles so klappen kann. Äh, komme ich denn da auch hin oder? Eher nicht? Muss ich von außen ran, oder? Ah ja, wahrscheinlich einmal so, ne? Guck. Okay, so, there are three different types of organisms on the conveyor. Each is a different color. Aren't they pretty? Yeah. See, don't I make life easy for you? But I want you to focus on the red ones for now, since we're comparing their data to past readings. Red ones. I got it. Mm-hmm. I'd be worried if you didn't. Anyway, pop them under the green machine next to you and stop the conveyor, please. Harold, please, we haven't got all day. Ach so. Wenn da ein rot da oben ist, ne? Auf den... Nice one. Now, on to the next step. Now, you see the analysis machine? Go start it up. The machine's UI is pretty easy. There are just two buttons. One to chop the sample and one to coat it in our lovely space bacteria mix. Chop and coat. I see. Right. I'll be prepping the actual data recording in the meantime. I'll let you know exactly when to start the process. Wait for my command. Just like comedy, timing is everything here. Oh, je. Gibt sie mir da auch ein Zeichen? Scheinbar nicht. Okay, great. Now show me what you got. Hmm, intriguing. Okay, we need two more readings to have a representative data set. Okay. Immer noch rote Steine? Ja, wahrscheinlich, ne? Die roten sind aber auch irgendwie gefühlt die langweiligsten, ne? Obwohl da hinten kommt ein cooler. Das sieht aus wie ein Hund. Mhm. Okay. Eine Probe. Ich will den Hundi da hinten haben. Ich warte jetzt extra auf den. Weil das ist ihm schon wieder ein langweiliger. So, jetzt müsste er gleich kommen. Guck mal. Die jedenfalls aus. Wie ein kleines Tierchen. So, der bringt jetzt bestimmt die richtige Analyse. Okay. Kann ich mir hier noch irgendwas angucken? Nee, ne? Können wir auch hier reden? Ah, man konnte auch da rausgehen. Perfekt. Gut zu wissen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, richtig? Nein, aber es ist auch nicht viel Sinn. Warum würde die Bacteria haben nicht gut gemacht? Ich bin nicht die beste Person, um zu fragen. Was könnte es verändern? Ich bin nicht sicher. Ich habe die Tests. Die wichtigsten Variablen, pH Level, Density, etc. sind alle stabilen auf den Bacteria. Wir nutzen den gleichen Organen matter für ihn zu verändern. Und ich habe mich überprüfen, die Filters. Die Filters sind auf den gleichen Levels wie immer. Ich meine, könnte etwas außerhalb der Barschung sein? Es ist möglich, dass die Organen matter irgendwie verwendet werden, bevor es die Filters verbrechen. Aber keine Tests, die wir auf den Materialien selber haben, zeigen irgendwelche Variante. Hm, strange. Die Energie-Returnen sind sehr schlecht. Ich bin noch nicht panisch, Harald. Es ist nur ein Trend, die wir nicht weiterentwickeln lassen können. Es ist nur, dass wir mirierlich ein neues System finden, um Energie zu produzieren. Ich bin nicht panisch. Oh, nein. Ich muss zurück zu Moreau. Aber lass mich wissen, ob es noch etwas gibt, was ich tun kann, um zu helfen. Ich werde dich posten, Harald. Und danke. Okay. Moreau hat sogar schon geschrieben. Harald, die Filterstation scheint mal wieder verstopft zu sein. Bitterkümmer, richtet euch dich darum anständig. Joa. Okay. Bitterstation wieder mal reinigen. Das können wir ja schon mittlerweile. Oh. Muss hier raus. Zu Gute. Aber, ich würde sagen, jetzt sind wir auch wirklich mal durch. Mit der Folge. Ne, ich will jetzt nicht. Passt schon. Äh, Labor. Das müsste sich ungefähr ausgehen, dass wir zwei schöne Folgen haben. Ich werde jetzt nur noch kurz zurücklaufen. Obwohl ich habe Angst, wenn ich jetzt zurücklaufe, dass wieder irgendwas triggert. Sollte ich nicht machen. Wir bleiben jetzt hier stehen und beenden hier die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye. Bis dann.